Wussten Sie, dass die Entwicklung der Getriebe- und Hydrauliksysteme unserer Maschinen mit HighGuard beginnt? Ich bin Nikolas Huber, tätig in der Schmierstoffentwicklung und zuständig für das HighGuard Getriebehydrauliköl bei John Deere. Unsere Maschinenkonstruktionen basieren auf HighGuard und sind somit zugeschnitten auf die besonderen Eigenschaften unseres Öls. Schmierstoffanforderungen müssen mit den Vorgaben moderner Maschinen Schritt halten. Dies führt zu einer ständigen Weiterentwicklung der HighGuard-Technologie. Und davon profitieren auch Ihre älteren Maschinen. Die Funktionsfähigkeit von Getriebe und Hydraulik sind der Schlüssel zur Produktivität. Schützen Sie diese. Verwenden Sie HighGuard.